Die Nummer 6 Die Nummer 7 Der Mann, der uns letzte Woche das Unentschieden gerettet hat Unser Kicker Holger Hempel Mit der Nummer 13 Eiko Hommen Und jetzt steht Reiz Und ich bitte euch auch um einen feiern Herzlichen Applaus für unsere wahrlichen Gegner Für die Frankfurt Redbox Und jetzt steht Reiz Die Lockerungsübungen hier nochmal am Rand vollführt Die Jungs haben sich ja seit um 11 Die Offense der Dresden Monarchs Und Coach Cliff Madison Wird viele Sachen nochmal ausprobieren Damit es auch dann gut klappt Und eine große Kaffung heute halt anspielen So Die Chile der Wartung Möchtest natürlich jetzt auch ihr Team begrüßen Noch in geführender Entfernung Nur ist das Team bereit Tritt vor an die Linie Und dann weiß man natürlich Die Mädels Wie sie hier immer so toll anfeuern Auch die Ehre Hier sind sie Die Chile der Dresden Monarchs Mit der Begrüßung ihres eigenen Teams Das sind die Blue Purse Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Okay Ja Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Da ist Cottbusser! Der Cottbusser Vos Mutscher! Das macht ein Cottbusier, hä? So, wenn ich es richtig bemerkt habe, haben die in Dresden Weihnachts zwar nicht entscheiden können, was sie haben wollen, aber die haben die Wahl gewonnen. Die entscheiden sich dafür, den Ball als Erster aufzunehmen und damit gleich ins Angriffsrecht zu gehen. Jawoll, das kann ja gut losgehen und immerhin kommt die Sonne raus! Für die Jugend sind übrigens auch im Stadionheft mit drin, also wenn ihr Bock habt, außerdem noch mal Fußballstadien mit der Jugend, kommt unbedingt her. So, jetzt alles parat für die Klinge! tumor los! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angst! 5, 6, 8, 9, 10 said! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 3, 4! 4, 5, 6, 8, 9, 10 Reflex Goals! Reflex Goals! EFENSE GO! Die Fest, 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 die Offense Goal! und Feier! Go Frans! Go Frans! Go Frans! Offense! Go Frans! Offense! Offense! You are too trashy! Jace, wir haben einen Clash, den Hilden aus, um den Hand abzunehmen. Also ganz gut auszukommen, um den ersten Hilden von Xenia zu gehen. Let's go E-France, let's go! Let's go E-France! Let's go E-France! Let's go E-France! Let's go E-France! Und ich leere, Marco, für euch Glatzer! Also kommt und macht den Safety, holt euch die zwei Punkte! Aha! Aha! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Das passiert nicht mehr an der 3-Jahr-Linie, sondern an der 1-Jahr-Linie! Let's go! 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 ...er 2-Jahr-Linie! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh dann versuche ich in der großen Weißen mal mit dem Aufspiel Oh die hatte es versucht, der Primかったer immer ab PSG zu gehen für Sie Michael Vogt mit der Nummer Nächste! Thomas Weiserloch! Thomas Weiserloch! Hilf es, 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 hilf es. Und das ist es, was wir gewohnt sind, vor der Lager Empel. So, Marty Freuenberg legt sich den Ball wieder zurecht, wird den Kick vollführen und ihn hoffentlich genauso rotervoll wie vorhin. Offense go! Offense go! Offense go! Offense go! Offense go! Offense go! Aber ich glaub der Michael... Offense go! 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 Und auch dieser Pass... Offense go! James Freiner steht schon wieder hin, wieder Nummer 1 an der 10-Jahr-Linie. Ein völlig vollflückter Pass an der gegnerischen 47-Jahr-Linie mit ihren Angriffen. Offense go! Offense go! 1st down, 1st down, 1st down, 1st down 1st down 3 suchs 3 2 5 1 5 5 5 Und der Sitzende, jawoll! Die Vorgang steht bereit! Und der Sitzende, jawoll! Und der Sitzende, jawoll! Und der Sitzende, jawoll! Offen, go! Offen, go! Offen, offs, offen! Offen, offs, offen! Offen, offen! Und wieder der Rund. So, dann wird er versuchen, für die beiden beiden zwei Arten aufzugehen. Der Rund! So, dann wird er. Applaus Und da war der Manns. Also kommt schon die Fans. Jetzt leider gefordert. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Im Komplett der erste, zweite Versorgung von zehn Jahren. Komm und die! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Und nach dieser Pass ist... Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Und auf der Pass ist zu euch. Also kommt die Fans. Die hat eine Wahl noch. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ja! 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 Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Händen weg! Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Defens go! Defens go! Defens go, Defens go! Defens go! Defens go, Defens go! Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und der Kick ist gut. Und der Mann nimmt Anlauf. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Und genau dies schafft Papa Feiler mit seinem Land durch die Mitte. Die Welt, die Welt! Die Welt noch! Die Welt noch! Die Welt noch! Die Welt noch! An der 20-Jahr-Dinie. Die Felskau! 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 Ja, und nochmal ganz kurz vor einigen. Die Felskau! Sie felskau! Die Welt go! Auf tob! Auf tob! Auf fluor Ew! Auf's! Auf Well my Xi! Oh! 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 Oh Oh! Oh, oh! Oh, oh, ho! Oh, let's go! Ja! Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, let's go! Stadten, 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 Stadten Die Welt! 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 Thomas Weiser. So, vor allem die Zeit weiterläuft, aber jetzt ist es früher verbrochen. Ja, also ich will mir nicht so näher spätestens seit zwei Wochen bleiben, wo ich da gegen mich wieder zurückkehren kann. Jetzt gilt aber die Aufmerksamkeit. Der Kicker der Dresden-Bollocks für die weißen Teile, die Nummer 33, Roddy Freutberg. Offense! 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 Off Offense! 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 Aufs Fels go! 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 Schöner fähig Spielzugmann! Wir müssen sich dann immer von 0 auf 100 wieder hineinstürzen ins Getümmel. Illegaler Block in den Rücken. Receiving Team Nummer 150. Zehn Meter Strafe. Was da? Fels go! 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 Let's go defense, 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 let's go Tiefen! 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 Aber ein dringender Leih bei den Tiefen! 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 Fakt, 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 Fakt! Fakt, 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 Fakt! Fakt, 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 Fakt! Fakt, 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 Fakt! 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 Fakt, Fakt! Fakt, 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 Fakt! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Offen! 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 Schön aufgepackt! Heute Versuch schon für die Frankfurt einem oder 17. Jahr zu gehen. Offen! 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 Wir nehmen diese Wandel für uns abgelehnt, wir hatten an der 22-Jahr-Linie First Down 10 Yards zu gehen. Die Völd, die Völd, die Völd, die Völd, die Völd, die Völd. Thomas Weißer geht ein, muss wehtun. Die Fels, die Fels, die Fels! Die Fels, die Fels, die Fels! Die Fels, die Fels, die Fels! Unwidersteh' ich, Thomas! Die Frenz-Golf Und auch der Pass ist dann zuverlässig, Holger Hempel. Und auch der Pass ist dann zuverlässig, Holger Hempel, Holger Hempel, Holger Hempel. Florger Hempel. Warte, warte, warte. Das ist, ich werde raus, ich werde raus. Das ist voll. Open, Open! Open, Open, Open! Let's go, Open, Open! Let's go, let's go, let's go, let's go! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A 5. Ja, ja, ja. 5. 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 6. 6. 8. Ich habe mich gewendet, dass die Monarchs nicht aufsteigen. Und sie sind aufgestiegen und deswegen sind sie da in dem Kostüm. Aber ihr macht das gern, da bin ich mir sicher. Offense! 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 Off Vielleicht schon mal einen Ball zurückzaubern, vielleicht gräst er noch mal die Offens abzelt zu bringen. Offens! 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 Du bist ohne Rhein, du bist ohne Rhein, du bist ohne Rhein, du bist ohne Rhein, du bist ohne Rhein! Illegaler Blatt in den Rücken, Offens, Nummer 48, 10 Meter pro Punkt des Volkes. Verstattet! Offens! 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 Nein! Offens! 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 Offense, Offense! Festhalten, Offense, Super 50, 10 Meter Strafe, Punkt des Fouls Wiederholen wir die ersten Versuche Offense, 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 Offense. Offensio! 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 Die Dresd! Die Dresden! 君! Let's go, let's go, let's go. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR